Was isst du? Sehr gut mit Basilikum. Hat er aus Deutschland mitgebracht? Ja Leute, meine Frau hat wieder gekocht. Heute gibt es Muscheln, frische Muscheln, die kann man lebend kaufen und muss man aber schauen, dass sie schnell sterben. Deswegen muss es in einen großen Topf, wo richtig kocht, da dürft ihr es erschreit schmeißen. Nicht in einen lauwarmen, sonst leidet es sehr. Ich weiß, jetzt kriege ich viele negative Sachen. Dann, mein Sohn hat aus Deutschland Pesto mitgebracht. Das ist Basilikum. Was hast du noch mitgebracht? Andere auch, ne? Was war das? Vier Stück, ne? Yes, very good. And you eat with, you have tested Pesto? Yes, it's very good. Yes. Ja, sowieso von uns, wir wünschen euch auch einen guten Appetit. Wir haben natürlich gebetet und danke gesagt. Jeden Tag bitte beten und danke sagen heute. Bitte, bitte, wenn ihr möchtet. Ihr möchtet natürlich, wenn ihr möchtet. Vielen Dank, bye, bye und wir lassen uns jetzt schmecken. Und jetzt schmecken.